Wir sind hier seit über einer Woche und wir sind ganz überrascht, wie gewesen und auch jetzt noch jeden Tag freuen wir uns über das schöne Hotel und die nette familiäre Umgebung. Und wir sind so nett und freundlich von allen aufgenommen worden und nachdem es hier so richtig schön ist, würden wir uns freuen, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen dürfen, soweit es uns bei der Gesundheit erlaubt. Und wir sind also rund um so viel und sehr überrascht, auch von dem schönen Shuttle-Service am Strand, in dem mein Mann da ins Wasser kann. Er ist ja durch den Schlaganfall rechtzeitig fast gelehnt, also die Spastik ist halt drin mit einer Hand. Das Essen ist gut und einfach schön und die schönen Ausflüge, die angeboten werden, man kann sehr viel machen. Und also wegen Corona haben wir hier keine Sekunde dran gedacht, dass man sich da irgendwo anstecken könnte. Ganz im Gegenteil, ich glaube in Deutschland ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass man sich da irgendwas einfängt. Aber hier, es wird sehr auf Hygiene geachtet, nach Mundschutz, also das alles muss ich sagen, top und ganz top. Ja, ich glaube in Deutschland. Ja, ich glaube in Deutschland. Vielen Dank.